Zeig dir jetzt, wie das Ganze jetzt abläuft. Die Kugel ist weg, ne? Ja, ich weiß, ich hab noch einmal. Komm her, guck. Achso. Guck, also ich werde hier und da ein Portal hin machen. Dann fliegt die Kugel nach da. Ja, ich weiß. Du machst dort dann. Und ich meine dort ein Portal hin. Und damit fliegt es dann hier rüber, wo ich dann meine Portale hin mache. Und dort dein Portal hin mache, dann fliegt es zurück. Und währenddessen machst du dort dein Portal hin und fängst die Kugel dann dort auf. Okay, sehr gut. Verstanden? Sehr gut. Sehr gut. Dein Portal ist dann gesetzt. Ja. Okay. Und die Kugel kommt. Jetzt kannst du rüber. So. Okay. Yeah. Ja, perfekt. Sauber. Teamwork. Teamwork. Yeah. So, wie komme ich jetzt da rüber? Achso, ja. Das ist der einfachste Ding aber verkacken. Freut mich, dass es euch gefallen hat. Ich habe eskaliert, Alter. Guck mal, ich sehe das Ding hier. Ich sehe, ich sehe das. Und ich sehe das, das, das. Guck mal, ich sehe das. Guck mal, ich sehe das und 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 das. Guck mal da, guck mal da, guck mal da, guck mal da, guck mal da. Ups. Du kannst mich mal in deinen skin und du gehst in deinen. Äh, in meinen. Ah. Okay, dann geht's nicht, schade. Nee. Was ich schon die ganze Zeit überlege, ob ich mal unsere TSIP-Mission in die Videobeschreibung reinpacken soll. Ja, stimmt. Wir haben ja eigentlich nur unsere 50.000 Fans. Deswegen würde es gehen, ja. Ja, ja, ja. Ja, war denn eigentlich nur noch offen. Hast du eigentlich die ganze Zeit aufgenommen, während ich weg war? Äh, ja. Das wird aber wahrscheinlich rausgeschnitten. Ich habe dann zwischendurch so noch, habe ich versucht rauszuf... Also, ich habe es gesagt, fast alles versucht. Ich war... Das ist der Stampfer. Das wäre fast ins Auge gegangen. Ich würde eigentlich so trendy werfen, Alter. Achso, ich sollte ver... Einen Moment. Ich habe gerade währenddessen weg, war es den Download-Liter angehauen. Äh, anhalten. So, Portal 2. Äh, ich habe nämlich währenddessen, ne, äh, rausgefunden, wie hast du genau wie machen müssen. Und habe das kurz aufgenommen. Da habe ich mich in die Ecke gestellt und bin rausgetappt. Habe gesagt, oh, jetzt warten wir, bis du wieder da bist. Dann mache ich da einen Cut und dann sind alle happy. Was ist denn da? Okay. Ähm, was da... Da oben, meinst du? Ja. Ähm, keine Ahnung. Warte, da komme ich sogar hin. Achso, wow. Oh, cool. Verzüglich alles richtig gemacht. Ähm, wie soll ich das... Egal. Jetzt habe ich auf jeden Fall den Portal. Okay. Ähm. Warte mal, von wo kommt... Oh. So. Da. So und, ja. Ah, okay, gut zu wissen. Ähm. Was müssen wir da jetzt machen? Ich sehe irgendwie nichts von dem, was halt eben gemacht werden muss. Also, wir brauchen irgendeinen Trigger für die Tür, denke ich. Aber wo ist der? Ich glaube, das ist der, der, dass einfach nur beide Leute da vorstehen sollen. Meinst du? Ja. Dann müssten wir... ...dings da. Irgendwie hier das hier triggern, um den, äh, Dings zu hochzuschieben. Ja, aber wie? Das ist die Sache. Ah, ich habe eine Idee, aber ich weiß nicht, um wieviel das geht. Ähm, dass wir den Würfel auf die Brücke legen. Und der dann runterfällt und dann, äh, da ins Postbetrag geht. Aber, aber die Brücke ist quer. Ja, das ist ja das Problem. Wir müssen das Ding irgendwie drehen. Äh, das kann man nicht drehen. Das ist dort hinten schon quer. Ja. Das ist das Problem. Das ist das... Das ist das Problem. Das Problem? Das ist das Problem. Das ist Kamera da. Das Problem. Da ist eine Kamera. Ja, die müssen wir wegmachen. Ah. Zu Tode triggern, Alter. Ich seh das und das und das und das. Und das und das und das und das. Was das hier eigentlich so cool ist. Guck mal. Guck mal da rein. Ne. Sieht ganz interessant aus, sowas. Ich habe sowas immer geliebt, immer solche Sachen anzugucken in Portal. Ja. Aber man kann da rein theoretisch... Also, also, oh, da oben kann man auch... Achso, das hattest du ja schon gechiggert, Ups. Ja, das ist für hier, das Ding da. Ja. Also, für dieses Feld da. Also, ich würde mal sagen, ja. Ah, ich habe eine Idee. Setz mal das Portal nach da. Warte mal. Ich gucke mal ganz kurz, ob ich die... Ne, ne. So, so, und setze mal dein Portal nach da. Jetzt schieb den Würfel da rein. Warte, ich gehe mal mit dem Würfel mit. Damit ich weiß, in welche Richtung der Würfel hin muss. Oh, warte. Oder warte, so. Also, passt das mit der Würfel? So, jetzt müsste es passen, glaube ich. Warte. Oh. Das ist verkackt. Ne, ich weiß. Ähm. Warte, mach mal, mach mal, mach mal die... Oh, ich muss wieder hoch, ne? Hier in dem Block. Ja. Äh, so, dann so, und... So, glaube ich. Bäh. Oh, da, 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 da. Ups. Okay, so, und dann war das... So, und... So. Ne, ja. Okay, dann muss ich... Uh, wie mache ich das denn jetzt? Okay, warte, der... Ja, perfekt. Oh. Oh, warte, warte, wir müssen... Oh. Oh. Warte, mach du nichts. Ähm. Äh, ich mache so. Dann noch einmal so. Dann schmeißt du es einfach wieder rein und komm dann hierher. Vielleicht passt es ja wieder. Ich glaube, es müsste passen. Ja, so knapp. Ha. Alter. Alter. Pixel-genaue Arbeit. Weiter zum nächsten Testkunstwerk. Lasst es auf euch wirken. Interagiert, als wolltet ihr es lösen. Es wäre das in der Zukunft noch von Interesse, was es nicht ist. Als Hauptsache, Klairs macht erst mal all unsere Erwartungen einfach komplett in den Boden rein gestampft. Wieder. Was ist so, ich bilde euch gar nicht erst ein, dass ihr überhaupt was erreichen könntet. ...verdeutlichen, dass sich durch eine künstliche Sicherheitsethik keine Erkenntnisse gewinnen lassen. Ihr werdet sehen, was ich meine. Ich seh dich. Guck mal da ist jeder. Was ist hier da, was ist hier da, was ist hier da auch, was ist da, und 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 da. Und der, und der, und der, und der. Okay. What? Ich will auch. Oh! Ich bin gespannt. ...persönlich widersträft es mir, wenn persönliche Interpretationen in das künstlerische Werk einfließen. Aber deine Interpretation eines nicht säurefesten Testsuppiertes war wundervoll. Wie geil einfach. Ich sehe dich, ich sehe dich. Oh, ich bin mir so hart auf deinen Kopf gesprungen. Ach du Scheiße. Da. Du musst das Ding da triggern, bitte. Oh, hi. Das Ding da muss getriggert werden. Damit ich den Würfel dann da hochschießen kann. Au. 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 Dusch. Dusch. Was hast du denn da hinten? Au. Au. Ups. Komm mal her, komm mal her. Pass mal auf, was du tun sollst. Ähm. Ähm. Du musst, ja genau, zuerst dort und dann auf der anderen Seite eins. Aber wie komme ich da hin? Ja, das ist die Frage. Warte, 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 warte. Nein, nein, wenn, dann setze ich für dich Portale. Warte mal. Ähm. Ich muss erst mal kurz zu dir. Ähm. Du musst, glaube ich, da hinten. Komm mal kurz hier, hier rüber. Warte. So. Und jetzt, äh, gehst du da rüber und setzt nochmal ein Portal auf der anderen Seite. Perfekt. Und jetzt warte da. Okay. Es war schön, dass ich da rein muss, ne? Ich muss nachdauern. Nice. Moment. Ähm. Ich muss nachdauern. So. Und so. Warte, jetzt noch gucken, wo fliegt das Ding denn jetzt überhaupt hin? Das liegt hier drüber. Dann, glaube ich, nach da irgendwo. Nein. Da fliegt doch, wo fliegt denn das Ding jetzt hin? Warte mal. Du musst dann von dort aus springen im selben Moment. Ach so, ja. Und den in der Luft abfangen. Okay. Okay? Ja. Ready? Und go. Yeah. Nice. Perfekt. Ihr habt alle Metaphern dieses Exponats in Rekordzeit entschlüsselt. Ich betrachte es als künstlerisch wertvoll. Da ist es, da ist schon ein Portal von mir. Oh, ja. Du kannst einfach durchs Meilen im... Ja, genau. Aber... Nein. Eskalation. Das ist jetzt auch die Beschreibung, wer welcher ist. Ja, siehst du, ich habe doch gesagt, dass Pi-Babbi... Äh, nein, nein, nein. Ja. Sprunggel, 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 Sprunggel. Sprunggel. Alles zuklästern mit der Scheiße. Oh. Alles zuklästern. Ja, mach mal. Dann noch eins. Bitte. Ja. Scheiße. Jetzt musst du, jetzt musst du die Wand voll machen. Ja. Genau. Ich weiß. Und ich bin so intelligent. Na, da noch ein bisschen was. Nö. Viel hilft viel. So, da auch noch alles voll. Und go. Auf. Was sollte das denn? Du bist da auch runtergefallen. Ja. Ich weiß, das rückwurzum am Ende. Ah. Na. So und so. Huch. Hallo. Ah, so jetzt. So. So. Dann noch ein bisschen. Und dort. Geo-Oni-Moh. Da. Du müsstest deine Partei wegmachen. Na. Ey. So. Da. Bäh. Da. Ich war fast neben der Kuppel angelaufen. Was. Und, 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 und. Und, und. Und. hast du eigentlich so einen coolen Hut auf dich nicht ich hab den irgendwie bekommen ich weiß nicht warum denn es gibt ja so Steam Inventar Dinger wir müssen nach da und dafür ist wahrscheinlich dass ich den Trick an darf wir brauchen den Würfelder und wie kommen wir da hin ich glaube ich hab ne Idee ne Brücke ich ne die Brücke da mit dem Zeug vollkleistern und da ja dann rüberflitzen oder wir machen es einfach so ok ähm willst du deine Postate jetzt nicht weg machen so ich glaube ich hab ne Idee was wir tun sollen ja aber nein 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 die Idee ist nicht gut wir müssen ja nach da wie kommen wir da hin oder warte mal komm mal mit komm mal hier rüber oder ne warte mal hier ich will mal was ausprobieren gut gemacht ähm so und jetzt machst du hier Zeug drauf ah ja ähm kann ich aber nicht weißt du du machst da ein Portal hier hin ach das meinst du ok ja ja perfekt so warte jetzt müsste das ganze irgendwie so funktionieren ja ja ok und dann da muss ich glaube ich mein Portal wieder weg machen ja wenn du das Portal dann irgendwie dahin setzt da kannst du dann hier gegen knallen dann da hochfliegen und wenn dessen wird dann hier das Ding schwingt wogegen knallen na guck mal du rennst ja hier entlang ja dann da rein und wenn du es dann irgendwie schaffst wo rein wo rein bei deinem blauen hier in das Portal ja wenn du es dann irgendwie schaffst hier ein Portal hin zu machen dass du dann hier gegen dieses Ding hier knallt irgendwie weiter unten irgendwo und da dann auch äh blaues Springzeug dran ist ach so nein Marco Marco hier vorne ist noch blaues hier vorne ist noch blaues hier vorne ist noch blaues und dann passiert das guck ja guck dann springst du und dann machst du dort auch irgendwie blau hin und dann dann muss ich aber woanders ein Portal einfach nach oben ja und dann fliegst du da rüber und dann ist währenddessen hier das Ding hier gechiggert und dann ist fertig hä nein aber wir brauchen den wir brauchen den 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 äh die äh die Box ja oder wie wie heißt das den Cube halt ja dann müssen wir das nämlich den würfel würfel das dann auch aus ja die Box ähm ähm ah ja doch ich hab ne Idee ähm mach mal ach so man kann man kann auch einfach mach dein blaues mal hier hin ach pass auf warte warte ja wir machen das ja so easy einfach ja genau ich muss hier noch ein bisschen was rotes hin aber hier ist schon blaues ja hier muss auch was rotes hin mach das du mit deinem ja erst rot und dann zumal hier unten ein Portal bei dem bei dem Orangenen hin oben genau perfekt und jetzt fass auf so nein scheiße sehr gut sehr peck okay der Inhalt ist ebenfalls Säure lass das erst einmal auf euch wirken ja baa ähm ähm was was aber das nächste was wir machen müssen ähm ähm Moment so ja so glaub ich glaub glaub ich hopp ja so dann einmal rüber dann so ach was ja ach was ja ach was ja schaust du mal aber bis du dort ankommst werden sie eher historische Bedeutung haben was macht ihr denn noch hier oh die Demontage ist defekt kein Grund zur Sorge in gewisser wenn auch für euch unverständlicherweise ist das sogar lustig ha 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 man kann mit Tab die Sicht des anderen öffnen ich öffne jetzt den Kontrollschacht das ist ja witzig lalalalalala lalalala lalalalalala kennst du diese Werbung? oh ja irgendwie irgendwie hier passt da aus Friderico oh lalalalalalalalalala